Jo mein Lieben, zum Schauwau und demnächst nur und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Minecraft and the Games. Und ja heute zeige ich euch mal wieder ein freshes Minecraft Kit. Denn wir spielen heute mit dem Teleporter Kit und was er für Fähigkeiten hat. Er bekommt beim Teleportieren seine Herzen aufgefüllt und seinen Hunger komplett wieder zurückgesetzt. Außerdem ist er noch für 10 Sekunden unverwundbar. Ausrüstung hat er keine, aber das ist bei diesen Fähigkeiten einfach nur egal Leute. Und ja Leute, was ich unbedingt noch loswerden wollte. Es ist so krass. Ich finde das immer so, 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 so heftig. Wenn ich einfach mal ein Video aufnehme oder Endergames spiele und dann von einem von euch einfach angeschrieben wird. Hey Raymus, Digga, was geht? Geht's dir gut? Nimmst du auf? Und so Leute. Ich finde das immer so krass geil Leute. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich finde das so nice, aber einfach danke und dann beginnen wir mit dem Video. Alter Leute, gebt euch mal diesen Shader. Oh mein Gott. Das sieht ja richtig schön aus. Boah, Alter. Wir haben immer noch kein gutes Equip Leute und ihr seht, und ihr seht, mein Leben wird immer voll gemacht, wenn wir geportet werden. Mein Hunger auch. Äh, lol. Und Leute, da ich denke, die eine Runde wäre ein bisschen zu wenig, ein bisschen, hängen wir noch eine ran. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir kämpfen gegen den. Das ist er. Das ist er, gell? Ha, dieses Mal prankst du mich nicht, du. Du Elendiger. Nee, das ist er gar nicht. Hä? Das ist er gar nicht. Hä? Easy, Leute, Alter. Ey, mein Ping, Leute, was ist denn da los, Alter? Irgendwie ladet sich gerade bei mir jemand zu Hause, ich weiß nicht was runter. Oh, fuck, 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 Leute. Ah, scheiße, 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 scheiße. Never mind with me, never mind with me. Was? Ich hab doch Teleporter. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. So, Leute, ich würde... Oh, fuck. So, Leute, ich würde immer sagen, das soll es ein Video gewesen sein, wenn euch diese Video gefallen hat. Zeig es euch mit einer Bewertung. Hier ploppen die anderen Videos auf. Haut rein, macht's gut. Und?